Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir haben heute eine kleine Challenge vor und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es eine gute oder schlechte Idee ist, aber ja, ja, ich möchte mal wieder ein Pferd vom Bazaar kaufen und kann mich nicht entscheiden und jetzt zeige ich euch, was ich für eine Idee hatte. Es ist sehr random, dazu müssen wir uns alle Rassen, die es so hier gibt, anschauen und müssen die auch abfotografieren, denn wir werden heute das erste Pferd kaufen, was wir sehen vom Bazaar. Okay, also wir werden starten irgendwo auf Jorvik, richtig random und dann reiten wir rum und das erste Pferd, was wir sehen, was es auch hier im Rabatt auf dem Bazaar gibt, das werden wir kaufen. Die Kacke ist nur, dass ich ungefähr die Hälfte dieser Pferde schon habe. Das heißt, im Worst Case kaufe ich ein Pferd doppelt, das weiß ich nicht so gut, aber es braucht ja auch irgendeinen Reiz. Wir machen jetzt zuerst mal von allen Bilder, damit wir gleich richtig durchziehen können. Wir haben das hier, das hier, das hier und dann hier noch der Drakena unten. Okay, Leute, das sind alle Pferde, die wir haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt an einen richtig random Ort irgendwo hin, also so richtig random, irgendwo im Wald oder so und von da reiten wir dann einfach los und ich bin sehr gespannt, was für ein Pferd heute bei uns einziehen wird. Es geht noch nicht los, Leute. Es ist ja viel zu leicht. Wir gehen irgendwo hin, wo es, ne, wir starten die Challenge erst, wenn wir ein bisschen weiter weg sind, weil sonst ist der Spannungseffekt halt einfach weg. Ich würde sagen, wo gehen wir hin? Jaspers Kürbisfarm. Schaut mal, da ist ja echt nicht viel los. Von dort aus starten wir und es passt auch zur Zeit momentan, denn es ist Herbst und bald ist Halloween. Nächsten Mittwoch gibt es dann das gute alte Halloween-Event. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Oh mein Gott. Okay, Leute, und von hier würde ich sagen, kann die Challenge jetzt beginnen. Das ist hoffentlich nicht schon ein Pferd, oder? Also Leute, hier ist tatsächlich ein Mustang und ich habe jetzt kurz gedacht, wir haben die Challenge schon einfach direkt durchgespielt, aber diesen Mustang gibt es nicht auf dem Bazaar. Ich habe gerade extra noch mal nachgeschaut auf den Bildern. Dementsprechend, das wäre echt ein sehr kurzer Challenge gewesen. Wir fangen hier an. Es beginnt und ich würde sagen, es könnte ziemlich schwierig werden. Also wir haben ja Mustangs, Haflinger, Trakener, Araber auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gucken einfach jedes Pferd, das wir treffen, ob eins davon klar geht. Und ich würde sagen, ab jetzt spielen wir auch ohne Cut, weil sonst ist es irgendwie nicht so realistisch. Okay, Leute, also nicht wundern, es wird jetzt keine Cuts mehr geben. Ich schneide jetzt nichts mehr hin und her, sondern wir gehen direkt los. Ist das schon ein Pferd, was dazu gehört? Okay, nein, das gehört zu einer Quest anscheinend. Es ist extrem süß. Was haben wir hier? Isländer. Okay, das sind E-NPCs. Dann würde ich sagen, was haben wir hier? Friese. Okay, das fällt schon mal raus. Ist auch ein NPC übrigens. Ups. Was haben wir hier? Okay, das ist irgendein magisches Pferd. Das ist nichts, was wir brauchen. Ah, oh Gott. Okay, jetzt in die Reit-Arena haben wir hier. Au, au. Wie ihr seht, Talent ist schon wieder da. Oh, ich habe das Gefühl, wir hätten vielleicht doch Besties Farm anfangen sollen. Oh mein Gott, ich hasse es. Sowas würde ich jetzt rausschneiden, aber jetzt seht ihr halt mal, wie richtig gut ich im Spiel bin. Was haben wir hier für ein Pferdchen? Das ist tatsächlich auch wieder ein Friese. Die sind momentan ja unfassbar, fassbar, fassbar beliebt. Was haben wir hier? Ein englisches Vollblut. Sind die reduziert? Nein, sind sie nicht. Nur die Trakena sind reduziert, so wie ich sehe. Okay, dann weiter im Text. Ich dachte ganz kurz, das wäre der schwarze Trakena. Das wäre aber, ja, schlecht gewesen, weil der schwarze Trakena, den habe ich in meinem letzten Video schon gekauft und das wäre, ich hätte den dann einfach dreimal gekauft. Das wäre richtig, richtig, richtig lost. Egal, wir gehen weiter. Wir gehen jetzt in Richtung Weingut. Leider ziemlich langsam, weil unser Pferd ist auf Level 1. Warte mal, wieso ist das so schnell dann? Oh mein Gott, ich habe das Pferd vor den ganzen Updates gekauft. Früher war es ja so, dass die Pferde gleich alles konnten. Was ist das? Okay, Friese. Ich habe das Gefühl, die Friesen sind sehr beliebt mittlerweile. Und es triggerte mich gerade sehr, dass ich keinen Cut machen darf, weil ich habe euch gar nicht mal so viel zu erzählen gerade. Wobei doch aber nicht was mit dem Video zu tun hat. So, was haben wir hier? Definitiv kein Pferd vom Bazar. Weiter geht's. So, ich muss doch cutten, weil ich muss gehen und ich will mein Gehen nicht im Video lassen. Okay. Okay, Leute. Okay. Ich glaube, es ist vorbei. Araber. Der Araber. Den gibt's definitiv. Und den Trakena. Wen habe ich zuerst gesehen, ist es halt die Frage. Ähm, ich würde sagen, den Araber. Das war das erst, was ich gesehen habe. Und, ah, jetzt ist sie einfach schon weggeritten. Egal. Was für eine random Challenge. Ich dachte, irgendwie ist es spannender. Egal. Wir haben den Apfelschimmel-Araber gesehen, den ich schon habe. Ich weiß aber gerade nicht, auf welchem Account, deshalb ist es in Ordnung. Ich hoffe, ich habe ihn nicht auf dem Account, weil das wäre irgendwie echt mega traurig, wenn ich ihn hier nochmal kaufen müsste. Aber egal. Egal. Wir gehen nach Moorland und, ähm, kaufen uns dieses Pferd. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob das eine Lost-It-Challenge war oder irgendwie auch lustig. In meinem Kopf war die Idee richtig cool. In der Praxis? Fragezeichen. So, und wir sind jetzt auch auf dem Weg nach oben zum Bazar. Wir können ja, oh nee, warte, die Pferde können gar nichts tragen. Wir haben so richtig coole neue Ausrüstungsgegenstände. Aber, 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 natürlich passen die nicht auf die Pferde, die wir jetzt kaufen. Aber, ganz egal. Äh, ich finde, die Araber sind richtig cute. Also, ich liebe sie wirklich. Und hier ist es auch schon. Das, oh, hier habe ich definitiv schon. Aber ich liebe die Araber. Deshalb, eigentlich ist es ein Best Case. Und auf dem Account habe ich das Pferd auch noch nicht. Deshalb, da freue ich mich richtig. Es wird diesmal eine Stute. Ein Jungpferd. Und den Namen suche ich mir jetzt mal ganz kurz aus und zeige ihn euch dann. Ich habe mich richtig basic für den Namen mit June entschieden. Fragt nicht. Ist das random? Ich habe es gesehen und dachte mir so, es ist einfach richtig süß. Richtig cute. Genauso wie dieses Pferdchen hier. Mene lasse ich erstmal. Wir kaufen uns Pferdchen jetzt. Und, oh, das ist schon sehr, 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 sehr cute. Nehmen es gleich mit. Und dann wisst ihr, geht es natürlich noch ans Outfit. Aber zuallererst wollen wir noch eine neue Frisur holen. Weil, ja, wobei, wisst ihr was? Vielleicht mache ich auch ein kleines Umstyling noch als Video. Mal gar keine so schlechte Idee. Egal. Wisst ihr was? Vielleicht schauen wir uns erstmal die Gangarten an. Und je nachdem, wie lang das Video dann schon ist, schauen wir, ob wir ein Umstyling einzeln machen oder nicht einzeln. Weil ich habe mal wieder Bock shoppen zu gehen. Und auf dem Account habe ich auch ein paar Starcoins gesammelt. Und jetzt mit dem neuen Pferd kann man das schon machen. Wir müssen zuerst mal ganz kurz putzen. Weil, wie ihr seht, kann ich nicht galoppieren mit dem Pferd sonst. Und das ist gar nicht mal so cool. Und dann schauen wir uns natürlich nochmal an, wie das Tierchen läuft. Und bewerten ganz kurz, was wir dazu sagen. Weil es war tatsächlich jetzt doch ein random Kauf. Okay, aua, Inhaltsgebacken. Jetzt ist die Frage, wo schauen wir uns die Gangarten an? Ich glaube, wir gehen runter, vielleicht auf den Championatsplatz. Und dann gucken wir uns das Pferdchen mal an. Ganz ehrlich, es ist einer der schönsten Pferde vom ganzen Bazaar, meiner Meinung nach. Und deshalb kann ich nur sagen, Lack gehabt, Lack gehabt. So, machen wir das auch einfach mal hier. Inventar ausblenden. Nein, Interface. Und hier haben wir den Schritt. Der Schritt ist das Einzige, was ich beim Pferd nicht so gerne mag, weil sie so ein bisschen die Ohren anlegen. Und das gefällt mir nicht so gut. Aber der Schweif ist locker. Die laufen entspannt. Also die Ohren allgemein, ich mag es nicht, dass sie so nach hinten gelehnt sind. Ich finde die Gangarten sonst super locker flockig. Wenn die ein höheres Level haben, dann sind die auch ein bisschen schneller. Und das sieht richtig gut aus. Ihr wisst, das Ohr hat hier Hinterbeinprobleme immer. Aber ansonsten, ich bin sehr zufrieden. Auch die Kopfhaltung, sie ist richtig angenehm. Dann haben wir den Galopp. Die Nickbewegung ist nicht ganz gesund. Aber es ist soft, es ist entspannt. Ich mag die Gangarten vom Araber. Juh, juh, hinter Beine. Sehen lustig aus. Haben die was verändert daran? Ich frage mich manchmal, ob es ist oben manchmal noch was an den Gangarten verändert. Speedstopp. Wir hüpfen, das sieht ja mega aus. Rückwärts laufen, sehr energisch. Und das sehr coole Steigen. Das andere kann ich euch gerade leider nicht zeigen, weil mein Pferd hat ja nicht genug Level. Und dieser mega coole Trick, den ich hatte, funktioniert leider nicht mehr. Springen haben wir noch vergessen. Gucken wir uns auch an. Den Sprung von den Arabern, den liebe ich. Weil die ziehen so schön die Beine hoch und machen aber trotzdem hier so einen richtig schönen runden Rücken. Ohr nach hinten, Hals nach vorne. Top. Insgesamt kann ich nur sagen, mega Pferd. Ich freue mich richtig, dass es dieses Pferd geworden ist. Und weil, ja, ihr wisst, zu lange Videos sind nicht so mein Ding. Ich finde, das ist ein bisschen langweilig bei solchen Challenges oder so. Deshalb machen wir einen zweiten Teil, wo wir ein komplettes Umstilting machen. Neue Frisur, neues Outfit, alles. Wir werden die Starcoins wegballern. Denn wir haben echt viele. So verliert man Starcoins. Also seid gespannt. Das nächste Video kommt dann spätestens am Samstag. Und da machen wir gemeinsam ein Umstilting für dieses wunderschöne neue Pferd. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen wunderbaren Tag. Danke fürs Schauen vom Video, wenn ihr hier noch da seid. Hinterlasst gerne ein Kommentar, Like oder was auch immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.